so wir haben ein versandkäfig da können wir jetzt hack hineinstecken tut mir sehr leid aber es muss sein für die reise nach altaspen muss ich dich als gepäck aufgeben wir sollten sofort mit laura sprechen das würde nicht funktionieren das riecht nach karamell und sägespänen und auch ein wenig nach kräutern und zitrone sehr schön dass das so muss reinhalten vielleicht später spritzer vielleicht hallo automat geht es dir schon besser ok müssen wir noch das ding reparieren und viel laura bist du noch da ich versuche an bord der seilbahn zu kommen und ich versuche mich zu verpacken okay wir sehen uns in altaspen können wir vielleicht irgendwas runterschicken spritte kannst du das hier vielleicht gebrauchen nein danke ich komm klar aber du hast es doch gar nicht ich kann das alleine ich kann alles alleine ok die spritze braucht sie nicht wäre vielleicht nützlich für die luftlöcher ok platz in der gondel brauchen wir und ein ticket und der nasenkontrolle müssen entgehen ok ok ich muss mich mit dem kollegen unterhalten ok logischerweise brauchen wir erstmal das hier wort könnte ich als konrari das habe ich schon mitgekriegt sonst als konrari wo ich alles daraus geben müssen ok den ketschops ketschops spender und den kunden ja das habe ich schon gelesen ok der ausweis ok ok das können wir versuchen stillhalten die bürger ausfringen der duft nach zitrone und kräutern wird immer intensiver und wenn jemand den ausweis nein er hat vielleicht diese beeindruckende sonnenbrille auf aber er ist nicht blind abgelenk nein neid verdammt neid 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 Natürlich, ihn ablenken, durch das Pfeifen, und ein angenehmes Duft nach Zitrone und Kräutern, Spannfeder, sehr schön, aufgepasst. Fokus auf die Toilette, wo geht sich waschen, wir können den Ausweis mitnehmen, okay, dann können wir hier zumindest erstmal durch, wir können mit ihm reden, ob er uns den Platz abgibt, abtritt, wir sind Conroyalist, Hallo, Nasenkontrolle, ein Conroyalist. Guten Tag, dürfte ich den Sicherheitsbereich einmal inspizieren? Natürlich, Herr Fogger, warum habt ihr das dir gleich gesagt? Und Heil Emil? Ja, ja. Das ist so, hallo Resenthal. Hallo? Seid ihr auch Conroyalist? Natürlich, Heil Conroy, Heil Emil. Das heißt, ihr mögt keine Flötennasen? Ich hasse sie aus tiefster Seele, und nun empfehlen sie mich. Ich muss mich aufs Warten konzentrieren. Tja, noch mehr zu Conroyalisten. Es sind viele Conroyalisten unterwegs. Na, irgendwer muss ja für Ordnung sorgen. Und die Flötenasen besiegen. Was wollt ihr denn in Albengen? Ein Schlumpfwasser. Ich will meine Mutter besuchen, und ein wenig die Architektur genießen. Genau, ja. Warum stellen sie denn so viele Fragen? Wollen sie meine Platzreservierung sehen? Und ich habe mich genau an die Obergrenze für Flüssigkeiten gehalten. Ich war auch schon bei der Gepäckkontrolle. Sie können mir glauben. Ich halte mich an Vorschriften. Willst du nicht vielleicht lieber eine Platzreservierung aufgeben? Warum gibt es denn hier eine Gepäckkontrolle? Ach, die werden schon ihre Gründe haben. Ich habe exakt die erlaubte Menge an Flüssigkeit dabei. Ich halte mich an die Vorschriften. Andere durften auch schon nicht mitfahren, weil sie zu viel dabei hatten. Aber ich habe nicht zu viel dabei. Alles genau richtig. Ich bin ein gesetzestreuer Asposer. Alles klar. Alles klar. Wolltet ihr nicht eigentlich eure Mutter besuchen? Ja, Mutter und meine Cousine. Natürlich, habe ich doch gesagt. Nun, wenn sie mich jetzt entschuldigen würden, ich muss warten. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit ihr mir den Platz gebt? Nein, meine Güte. Das ist doch bestimmt was. Wenn sie dich einen Platz haben wollten, dann hätten sie früher hier sein müssen. So wie ich. Tja. Nun denn. Ich will eine Zeitreise machen. Sie müssen weiter warten. Ja, aber nicht mehr lang. Alt Aspen, ich komme. Tschüss. Verschwinden Sie endlich. Und die warten die ganze Zeit in der Gondel drin. Die Armen. So wie erst mal in der Spritze. Bitte lassen Sie mich einfach in Ruhe. Eine Wollmaus. Bitte lassen Sie mich. Ein Käfig. Bitte lassen Sie mich. Das äh. Ah, okay. Ich habe eine Idee. Kleine Spritze und das Trinkpäckchen. Das brauche ich dringender als er. Können wir doch. Können wir hier doch. Ich dachte, wir können mit der Spritze ein bisschen was in das Trinkpäckchen. Das bringt Trinkpäckchen aufhören. Und dann hat er zu schweres Getränk. Und kann nicht mitkommen. Das klingt nach einem Plan. Was ähnliches würde die. Die würde die komplette Lösung auch sagen. Okay, wir wollen aber erst mal einen Platz haben. Ja, das habe ich schon bemerkt. Das haben wir schon. Das müsste ja passen. Wir haben eine Spritze. Soll ich Spritze nochmal auffüllen? Die sah so voll aus im Inventar. Ja. Sekunde. Okay, Sekunde. Spritze auffüllen. Okay. Ein hinterlistiger Zon, aber ja. Also Trinkpäckchen ausfüllen. Auffüllen. Das sind über 200 Milliliter. Tja. Nun, was tust du jetzt? Hallo, ich bin's nochmal. Nicht erschrecken. Äh, warum sollte ich mich erschrecken? Wer will das wissen? Okay. Nun denn. Ja, ich bin's. Oder wir petzen gerade mal eben bei der Wache. Hallo. Wie kann ich behilflich sein? Conroyalistenanweisung. Sofortige Gepäcknachkontrolle bei verdächtigem Individuum. Zugriff. Jawohl. Gepäcknachkontrolle. Ich habe mich genau an die Vorgaben gehalten. Tja. Ich denke, nein. Hey, zu viel Flüssigkeit. So dürft ihr aber nicht mehr mitfahren. Was? Nein. Ich habe doch auf alles genau geachtet. Bitte folgt mir in den Kontrollbereich. Ach, das wird doch nicht nötig sein. Hm. Sehr verdächtig. Stillhalten. Ach, zu Schande. Nein. Ich habe keine Flötennase gefunden. Mitkommen. Flötennase kommen nach Oberasposien. Order von ganzem. Eine Flötennase. Ach, nein. Das sind den Brunnen fallen. Nein. Was haben wir getan? Ich habe vermüllt. Was haben wir getan? Nein. Flötennase entdeckt und abgeführt. Ihr habt dem asmosischen Volk einen großen Dienst erwiesen. Ach, du Schreck. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt mit dran? Ich meine, ich weise euch hiermit an, die Flötennase sofort freizulassen. Nein. Nein, Order von ganz oben. Oder seid ihr etwa Emil? Nein. Emil sah anders aus. Was habe ich getan? Das ist die gute Frage. Scheinbar, ja. Eine eigene Familie zu verraten. Das fehlt mir stolz, das Vaterherz. Nein, nicht du schon wieder. Ich muss schnell den Windmönch finden, bevor alle in den Brunnen gestoßen werden. Einfach schnell. Schnell jetzt. Okay. Platz ist jetzt frei. Jetzt brauchen wir noch ein Ticket. Ja, da kann man schon abgeben. Okay, der Steckfeld. Ach was. Es ist nur ein Steckgericht. Ich platziere sonst. Ja, das habe ich schon. Wenn du meine Farben nicht sicher bist, dann schau, wir haben welche Farben. Fluss, für den Fluss brauchst du den blauen Stick? Ja, ist klar. Okay, ich habe eine Komplettbesuch. Bevor ich noch weiter eine Stunde rumrätsel. Machen wir das direkt mal, wie das die Komplettlösung sagt. So, wie haben wir das jetzt falsch gemacht? Okay. Für den Fluss brauchst du... Moment. Das Symbol ganz oben links endet dem Symbol für Unendlichkeit. Ja, das hatten wir schon. Das Symbol in der dritten Reihe endet in einer Spalte. Das sind beide Symbolen im Blauen Stickern. Das erste Symbol in der dritten Spalte. Okay, das erste Symbol in der dritten Spalte. Ja, haben wir. Das endet in einer Spalte, das haben wir. Okay, was haben wir noch falsch gemacht? Ich ist jetzt hier nur Kontrolle. Ja, das ist jetzt hier wirklich. Hier brauchst du den braunen Stecker. Ja, ist klar. Ja, der braunen Stecker. Das erste Symbol in der dritten Reihe endet in einer Wurzel. Okay. Das erste in der... Das erste in der... Okay, das war die Wurzel. Okay. Sicher. Da habe ich gerätselt. Das erste Symbol in der dritten Reihe endet in einer Wurzel. Wenn du meinst, das Ernst-Symbol in einer Wurzel. Okay, das war das Problem. Das Symbol rechts daneben sieht aus wie ein durchgestrittener Zurückpfeil. Du kannst nicht zurück achsen. Okay. Du kannst... Okay, ich dachte, das wäre der Weg nach der Sitz-Osten. Okay, das war mir okay. Du kannst nicht zurück. Der Weg nach... Dann würde ich aber sagen, so... Ah, ja. Und das ist der Weg, der sich verwirrt auf dem Labyrinth. Sehr schön. Nur das mit dem... Die Wurzel, die habe ich erkannt, dass das eine Wurzel ist. Das habe ich als Fluss erkannt, dass das ein Fluss fließt. Und das habe ich jetzt hier nicht als zurück. Das habe ich hier für den... Für den... Für die hier... Ich sag schon. Na, ihr habt es ja so gesehen. Das habe ich anders interpretiert. Okay. Serviceklappe. Okay, wie können wir die jetzt betätigen? Ich kann jetzt Robert jetzt was tun. Ich kann jetzt vielleicht den Ticket-Automat benutzen. Hallo? Ich hätte gerne ein Ticket nach Alt-Asten. Ticket wird gedruckt. Wie... 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 Entnehmen Sie das Wechselgeld aus dem dafür vorgesehenen Wechselgeldfach. Denken Sie daran, Ihr Gepäck hier aufzugeben. Danke, Automat. Keine Ursache, Robert. Oh. Okay, wir haben noch gar kein... Okay, wir haben ein Ticket. Jetzt müssen wir noch Robert aufgeben und wir müssen sie verpacken. Aber vielleicht geht es auch so und sie kommt irgendwie jetzt Gepäck mit. Sie kommt einfach mit. Und lassen wir sie dann zurück. Ich reise nach Alt-Asten. Wir sollten... Okay, können wir einsteigen? Augenblick. Habt Ihr ein Ticket? Natürlich. Euren grauen Kumpel hier müsst Ihr Danke für euch... Okay, wir können noch nicht los. Müssen wir erstmal... Die Kollegen verpacken. In die Kiste kann es noch nicht rein. Ein Paketschein brauchen wir dafür. Wie bekommen wir jetzt einen Paketschein? Verdammt. Ich reise mit genauer nach Alt-Asten und nehme einen Versandaufgeber auf die Kiste. Okay. Das ist aber noch nicht getan. Okay, wir müssen erstmal Herrn Kleiner entsprechen. Vielleicht hilft der uns weiter, wie wir die Taube reinkriegen können. Das müssen wir nochmal tun. Ich möchte lieber nicht stören. Okay, also nicht. Ich möchte lieb... Aha, aber die Komplettlösung sagt es mir. Okay. Okay, ich mache Luftlöcher in die Kiste. Ja, die Taube könnte da bestimmt... Und die Hake könnte da bestimmt was machen, aber... Bohrtiere, okay, natürlich. Sägespäne... Okay, Bohrtiere essen Sägespäne. Das muss man mir mal sagen. Ähm, ja. Okay, Sägespäne. Habt ihr Hunger? Sehr schön. Ach, so sehen die aus. Bohrtiere. Sehr schön. Und da war die Luftlöcher drin. Jetzt brauchen wir nur noch einen Aufkleber. Süß. Süße Bohrtiere. So, das hätten wir nicht. Ich habe aber nur noch keine Idee, wie wir hier... Wir haben Versandkleber drauf kriegen. Gepäck, gepackt, ins Gepäck drauf. Das haben wir doch schon. Tja. Versandaufkleber. Wo gehen wir den jetzt her? Ticke nach Altaspen. Ich möchte keinen Ärger. Ich möchte keinen Ärger. Wieso denn nicht der Reisende? Ich möchte keinen... Hat der nicht einen Versandsticker für uns? Ich möchte ein Tier als Gepäck aufgeben. Nach Altaspen. Aha, okay. Jetzt legen Sie das Tier in einem genormten Versandkäfig in die Gepäckaufgabeklappe. Huck, komm her. Huck. Oh. Sehr schön. Huck, du bist es wirklich. Meine Lieblingszaube. Okay, jetzt haben wir Hack hier unten. Jetzt hätte er uns auch kurz den in die Kiste löchern können. Ist ja auch eine Möglichkeit gewesen. Aber auf dem Käfig ist doch ein Versandaufkleber. Okay, dann können wir Versandaufkleber auf die Kiste packen. Schade, der klebt nicht mehr richtig. Zum Glück haben wir hier was Klebriges. Der Aufkleber ist jetzt klebrig. Okay, zack. Und rein in die Kiste. Nimm sie weg hier. Dieser Ort deprimiert mich. Ich muss Hack hier nochmal draufhacken auf den Knopf. So, hack. Hack, zack, zack. Eben. Hier steht schon eine Kiste für mich bereit. Dann hat sie hier drauf. Und mit rein in die Kiste. Und auf geht's. Eine leichte Laura. Okay, jetzt können wir los. Unser Gepäck Traube und Laura ist aufgegeben. Jetzt können wir aber. Jetzt haben wir Tickets. Auf geht's. Nach Alt Aspen. Ah, okay. Und Heil Emil. Ja, ja. Und ein Stein. Und ein Stein. Das ist ein Stein. Los geht's. Selbstverständlich. Sehr gut. Dann müsst ihr aber noch, äh, jedenfalls. Danke für euer Verständnis. Dann auf nach Alt Aspen. Hoffentlich kommen Laura und Hack auch gut an. Sehr schön. Unser Frechheit, Kapitel 3. Der Mittelpunkt der Welt. Hör zu. Das ging ja schnell. Ich weiß, du bist enttäuscht. Aber ich hab mir das ganz genau überlegt. Keine Fahrt in Animationen. Was sollen wir denn mit noch einem Windmönch? Es ist bisher immer schiefgelaufen. Warum sagst du nicht einfach, wer du bist? Du wärst ein großartiger König. Ach, woher willst du das wissen? Conroy hat immer gesagt. Du bist nicht mal in der Lage, eine Ameisenfarm zu beaufsichtigen, ohne dass am zweiten Tag eine Meuterei ausspricht. Was musst du denn auf Conroy hören? Aber Conroy ist nicht mehr da. Hör zu, Flötennase. Ich weiß, er war so schrecklich gemeint zu dir. Aber du musst seine Stimme aus deinem Kopf kriegen. Hör auf mich. Du wärst ein großartiger Herrscher. Du bist mitfühlend und klug. Auf deine Art und Weise. Und so unendlich geduldig. Ich weiß, du wärst perfekt. Warum kannst du das nicht sehen? Hör nicht auf sie. Hör auf mich. Ich bin dein Vater. Nein. Nein. Genau. Was? Genau das. Sehr schön. Anspielung jung. Ich bin dein Vater. Laura, ich kann nicht. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich das nicht kann. Wenn wir den Windmönch erst gefunden haben, wird alles gut. Er ist sein Leben lang auf die Herrscherrolle vorbereitet worden. Und Emil glaubt an Windmönche. Wir haben bessere Chancen, wenn wir ihm so jemanden bringen, als wenn wir ihm eine Flötennase vorsetzen. Äh, ich feiere immer noch. Wir sind wieder Freunde, richtig? Ich feiere immer noch so sehr, dass es ist. Star Wars Anspielung. Lady. Wer auch immer du bist, du bist bei Mama Dola. Mama Dola? Leider gerade beim Bingo. Aber du kannst mir gerne eine Nachricht da lassen, wenn du dich dadurch besser fühlst. Mama Dola, out. Das war die Frau aus meiner Vision. Sie hat mir gesagt, dass ich den letzten Windmönch finden muss. Die Bingo-Frau? Ernsthaft? War das derselbe Text oder hat sie deinen Namen eingefügt? Nein, sie wusste ganz genau Bescheid. Wir müssen sie finden. Wenn wir sie finden, dann finden wir auch den letzten Windmönch. Okay. Alles klar. Aber können wir uns vielleicht darauf einigen, dass wir, sagen wir als Plan B, den Basilen wieder zum Laufen bringen und Emil zeigen? Nur falls sich deine Bandansage als Sackgasse entpuppt. Du musst mir vertrauen. Aber das ist kein Problem. Du traust dir doch selber nicht. Wenn Emil dieses Metallmonster sieht, dann muss er die Wahrheit sehen. Oder auch nicht. Okay. Ihm scheint nur das Startmodul zu fehlen. Dann sollte der wieder schnurren wie eine Wollmaus im Mixer. Ich glaube nicht, dass Emil hier irgendwas einseht. Das denke ich nicht. Können wir mal mit Laura reden. Äh, hattest du vorhin nicht irgendwas von einem Kuss? Welcher Kuss? Och, nichts. Mein Moment wird kommen. Tja. Frau, die steht weiß auf der Tomb Raider. Alles klar. Fernsprecher. Hallo? Hm, geht keiner ran. Weil die Dose... Ach, Mann. Was für eine merkwürdige Apparatur. Ein sehr guter Fernsprecher. Der nur... Zwei Meter und dann kriegst du nicht mal... Ein Steintor. Hm, wo es da wohl hingeht? Hoffentlich in eine bessere Zukunft. Hoffentlich nicht in den Innenhof. Letzte... Der letzte... Das letzte so aussehende Steintor hat uns... Wie bekomme ich es nur auf? Direkt dort in das... In der Rezeption und in den Innenhof und so. Das kennt aus Teil 1. Ja. Sehr schön. Na, Hack? Komm her! Hack kommt nicht her. Komm her! 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 Untertitelung des ZDF, 2020